So. Weisst du, die müssen so machen. Deine hat's Steckdose. Also, äh... Und dann nachher... ...der Keller drauf. Scheisse! Wenn wir da unten... ...mit dem rauskommen... Ja, kommst du rein? Ja, logisch. Okay, den gib mir da. Du musst dir grösser... Ja, ne, sag ich nicht. Das ist wirklich nicht verscheidend. Oh nein, den kannst du nicht einfach grösser. Schaure dick. Da oben. Ja, den gibt es mal. Nein! Ja, da können wir raus, ja klar. Ja, da können wir raus, ja klar. Ja. Dann können wir möglichst weit runter. Dann beginnt die Kunde bis runter. Ja, das ist schon lange. Das ist heute mit Nannerwohle. Sehr gut. Ah, super. Ah, da ist es wirklich eine schöne Lösung. Ja. Ist das die erste, die so... Ja. Die Lächer haben wir noch nie gefunden. Aber jetzt haben wir den Picknick gelacht, oder? Ja, das ist die Picknick gelacht, genau. Das war schön, muss ich sagen. Ja. Schönes weisses. Die sind wenigstens eben gut. Die machen gleich hier vorne, ist es gut? Soll ich hier noch einen machen? Ja. Ja. Also nein, hast du vorher nicht? Hast du noch drei Karten? Nein, ich habe schon fünf Karten. Nein, ich habe schon mal einen Karten. Nein, nein. So schlimm ist es jetzt... Moment, dass da nicht... Oh, jetzt da. Ja, abwärts. Da, auf! Nein, abwärts. So, da neust du. So, abwärts. So, abwärts. So, abwärts. Ja, abwärts. Ich weiss jetzt nicht wegen dem Klai. Kannst du mal schauen. Fäll? Nein, ich habe schon ganz anders zu schneiden. Nein, nein. Du hast gerade weischt. Himmel. Wunderschön. Hm? Ich bin für ihn. Hä? Ist wirklich gut? Ja, super. Ich habe nichts...